Musik 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 Yo Freunde Willkommen zu die Ligo Legends Rot und Gold So und am Anfang bombe ich euch gleich mal mit einer Frage zu Und die ist Wollt ihr in jedes Game das ich Rank Zock sehen oder nur die Wins oder keine Ahnung nur 5 Games in jeder Elo oder so? Weiß ich nicht, ja? Also mit jeder Elo meine ich jetzt über 5, über 4, über 3, über 2, über 1, das ist glaube ich verstanden Ja Lasst michs ruhig wissen Dann Machen wir das so Inwaden oder was machen wir Schaut nach einem Red Invade aus Aber warum? Oh 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 First Blood Das könnte Ah Nice Oh Oh God Ahaha Wrecked Okay good Ich hau ab Ich hau ab Da Gut ich hab ein Assist bekommen Ich kaufe mir mehr Pots Und besser ein Dane zu sustainen Ich bin in Corki, weil ich bin ja nicht der God im Ausweichen gerade So Aber gut Ich brauche gar nicht mehr hinlaufen, um zu helfen Schon egal Gut Die haben jetzt 2 Deaths Corki und Sinjiao sind verreckt Das heißt das Sinjiao wird im Jungle Der wird jetzt erst bei seinem Buff sein oder so Ein bisschen später Start haben und er bekommt Nur Hilfe von Brand Wer ist Support? Brand mit Fizz Top Check Sinjiao Support Okay Warte hell Warte hell War noch nicht gesehen Bam Okay wir sind gleich rein für den Kill oder was Wir wollen das gut machen von vorhin Aber nix mit uns Nix da Nix da Gar nix macht ihr gut Pass auf, pass auf, hopp Ach den wollte ich snipen den hinteren Minion Daraus ist leider nix geworden Wollte einen Trackshot machen Bom Komm Corki Gutes ist wenn ich in einem Battle 1 gegen 1 gegen Corki Seiner Phosphorusbombe ausweichen kann Seiner Kuh Wenn ich Corki seiner Kuh ausweichen kann Dann kann ich das Ziemlich gut verwenden In einem Fight Ich wollte nicht den Cannon Minion verpassen Das war nicht so schlecht Ich habe ja mehr Potts als er Weil ich ja von den Assists bekommen habe vorher sogar zwei Assists Was ist das Was ist das Ach komm Wie heißt denn das Teil überhaupt Dorans Blade Leben anscheinend Das besser habe ich mehr Leben als der Corki jetzt Und mehr oder weniger Warum hat er mehr Damage für sich Eine Bitte für Runen Hier ist ein Level höher Das kann Vielleicht daran liegen Die Bäschen schon hart auf unsere Turret Aber unsere Turret Nicht ganz Funktioniert wie ich es wollte Das auch nicht Ist sowieso egal Hopp Geträgt Solo Queue Freunde Das heißt Das können immer noch alles werden Das Match Vielleicht könnt ihr eigentlich den Corki jetzt slayen Da komme ich leider nicht ran Ja gut Ja Troll da ein bisschen Oh komm Ist ja egal Eigentlich wollte ich ja eher den Corki holen Und nicht meinen Heal wasten Aber ist ja egal So komm So die hat auch guten Job geleistet Alles klar Alles klar So Ich müsste nur besser werden Im Farmen hier Kann ja gar nichts So Alles Easy Alles fresh Back to The Oldschool Duh 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 Einfach nur ein bisschen mehr damage haben gegen den Corki Duh 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 die drachen sind die am dragon korki kannst uns nicht verloggen wir gehen da vorbei seine bombe ist auch schade gut treffen hätte ich wieder hart gemacht irgendwer wird das sein ok SRs nix Ach komm Easy, easy Nein, ich call Recall noch nicht Die Wave noch hart Ah, fuck, den hab ich gebraucht auch Okay, no mana, boys Ich bin, boom, out of a mana Ich glaube, ich hole mir hier, cool Downschuhe Gute Nacht Oder Gute Nacht Nicht Gute Nacht Er hat seine Rocket nicht genutzt Warum Heel hau ich halt mal raus Keine Ahnung, ob es gut war oder nicht Ja, komm, komm, komm Wir haben ja auch das Top Ich hab's vergessen Master Yi, Teleport Trick to Chi, Jungler oder was? Ah 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 gut, feed, boys Feed, feed, feed Das geht sich leider nicht aus Was mach ich denn da Was mach ich denn da jetzt Was kauf ich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Okay, gut, wir haben einen Kill bekommen Ja, ich hätte gerne eine Infinity-Eight-Java Mache ich halt zuerst meine Boots fertig Ist ja egal So, Cooldown-Boots Den können wir doch killen, oder? Schau, den anderen Den kann ich leben mehr 160 Das ist Zwei Auto-Attacks Oder ein Coo Und dann ist er weg Organa kann den sogar killen Mit einer Coo Auto-Attack Wie Ja, was weiß ich So, ich hoffe der Checkt nicht, was er macht Oder so Den holen wir uns noch Komm, irgendwo ist er Irgendwo ist er Stop the Ports Drache wäre auch nicht so mies Wenn wir mal hätten Drache hat gerade aufgelevelt Keine Ahnung warum er hat gerade aufgelevelt Der Drache Da können wir glaube ich jetzt noch vorbeigehen Was ist da los? Ich habe ihn getroffen Das war mein Hauptziel der ganzen Sache gerade Den Corki damit zu treffen Ich habe es gemerkt Also bin ich stolz Aber wir haben den Dragon auch geholt Und Grand Skyfall hätte ich auch leider Trotschen können Aber Da ist er Wurst So Grand Skyfall Komm junge Kuh Was weiß ich Mach was Hol ihn dir Was machen Was hol er sich den Oh Komm ist ja egal So Lass es bleiben Alter Farben lieber irgendwas Kill kriegst du wahrscheinlich eh nicht Komm ja deswegen Okay gut Lauf Dead Flash Dead Flash Boys OP Ich hätte vorher auch rausgehen sollen Nachdem ich Nach dem Fighter vorher hier Hätte ich Wieseln sollen Habe ich aber nicht gemacht Oh komm lass mich in Ruhe Lass ihm auf Der Gleiter Was hin Danke dass ich auch Einen Kill bekommen habe You have slain an anime Gut ich push die Wave weiter Vielleicht kann man das Turret draus machen Aus diesen Kills Mal schauen Mal schauen Jetzt bleibt Brand Ist gut Macht auch Damage Ist ja gar nicht zu wenig Okay ich mach aber auch gar Nein nicht mal so wenig Damage Okay direkt Automaner Junge Jetzt hab ich Don Das heißt ich mach Harden Damage Aber Korki Nein 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 Okay wo ist der Korki Weiß ich nicht Ich kaufe mir mal 5 Pods Um voll zu sein Und Pods Korki Midlane Where the heart was wrecked Gut Midlane Nicht schlecht Nicht schlecht Nicht schlecht Wern zwei Turrets Not too bad Actually Sauen 5 3 5 Aber ich hab gerade auf mein Hatter geklopft Weil irgendwas drin in Shepard Und ich weiß nicht was Ist das Oh 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 Halt 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 No Cualki Huh Halt das tudo wieder geht direkt Oh, double kill boys. So, Fizz. Oh, was macht der Yi, der Yi, der Yi? Gegen Fizz? Gegen Fizz? Okay, gut, keiner Hilfe, der braucht keine Hilfe da. Rack that. Die machen da oben, ich defend mal in der Midlane. Klopft hier ein Wort rein. Einen Wart klopfe ich dort rein. Hey, hey, ein Wart klopfe ich dort rein. Hey, hey, einen Wart, einen Wart, ich habe das gedodget. Nein, nein, nein. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht, das macht der. Hau ab, oder? Hau ab, von mir! Hm, oh, oh, oh. Ja, genau. Danke Pantheon fürs Blocken. Mein Ult ist gleich da, das ist gut. Meine Ultimat. Meine Ultimat. Nice. Nice. Easy. So, ich haue ab, ich mache nichts mehr. Ich hole mir jetzt Ghostblade, glaube ich. Ghostblade. Alleine aus meiner Dorans kann ich ja... Ach, eigentlich kann ich die... Hoppla, die Pots kann ich verkaufen. Oh nein. Ich verkauf... Ah! 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 So, ich mag das auch noch. Das heißt, ich verkauf das. Das heißt, so. 500 Gold oder so noch. Dann... 563 Gold noch. Dann... Ist alles easy, alles fresh. Ich trinke mal wieder was. Ich hab Durst. Hier ist halt... Oh, der... Ah, ich glaub das war der Korki. Dabei war es nur der Checks. Wenn der Checks down ist, ist auch gut. Oh, damn! Dead. Damage. Gut. Passt schon. Ja. Solo den kannst du. Du bist Master. Hier. Wir machen hierbei... Unruhe. Naja, komm. Ah! Okay, ja gut. Dumm von mir. Dumm von mir. Aber ich sei... so schlimm jetzt. Dumb move. Dumb move. Bei mir. Junge. Hat Blödsinn gemacht. So eine Ghostblade ist auf der Nummer 3. Muss immer mehr erkennen. Damit die sich auch activate kann in den Fights. Aber als nächstes. Tanks haben die ja nicht wirklich. Obwohl... Zin Zhao hat Armor. Ich hole mir jetzt noch kein... Last Whisper. Oder soll ich schon? Weiß ich gar nicht. Mal schauen. Mal schauen. Was geht? Ah. Kommt er weg. Der Master. Kommt wahrscheinlich weg. Keine Ahnung ob die Chasen. Die Chasen. Oh. Stunt Wrecked. Tod. Auto Attack. Ach. Keine Auto Attack hätte das gemacht. Oh. Ein Flash-Bedictor. Oder was war das gerade? Nice. Crit? Wo sind die Crits? Da war der Crit am letzten. Mach ich's auch nicht mal wirklich. Okay. Das Game ist... Pretty great gerade. Oder war der Jackstar. Da war der Jackstar. Hat Chris von den Red Booth gemacht. Aber ich weiß nicht ob ich der Jacks killen kann. Ach. Okay. Ja wahrscheinlich schon. Ja kann er. Fuckin Mongo. Also ich halt. Weil ich da nicht geschaut habe. Ja gut. Vielleicht hat er hier noch ein Kill rausgeholt. Er tp'd rein. Er will den Jacks haben glaube ich. Und den kriegt er auch. Und den kriegt er auch. Dead. Ja ja ja. Es ist aber schuld wenn du bleibst. Check. Huuu. Nein Spaß. Ja. Gewonnen haben wir noch nicht. Die. Gewonnen haben wir noch nicht. Hey hey. Nicht regenerieren. Die. Wut. Top lane. Farm ist meins. Mid lane soll mal bleiben. Ich duh split pushen. Paint have more skill than you. Has aber ist egal. I has skill. Komm. godt vision habe ich keine eigentlich was da so abgeht im. River. Ja die machen da irgendwas, ja die machen irgendwas gut, ja Scuttle Crab, komm her, da kann ich immer Crab anstatt Crab, aber ist egal, schau dir aus wie ne kleine Kacke, ha? So, komm, dead, war dead, wer ist executed worden, Pantheon, ne, wenigstens kein Kill, ne, gut gemacht, Pantheon, easy peasy, Nein, da geh ich nicht ran, ist der Bloober von denen da, nein ist er nicht, An ally has been slain, An ally has been slain. Okay, da sind die gerade alle slain, bin ich mir nicht sicher, ob die nicht gleich da rauf kommen, mal, 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 mal sehen, mal sehen. Korrekt. Der Turret ist auch meins. ich bin ich jetzt hin flasht für das ist nicht so blöd lifestyle gar nicht so schlecht vielleicht habe ich gerade elf prozent dass ich will gibt der blatt erst 12 oder so 12 20 dann hat er ist die idee ist 1150 fehlen noch ok tp master die rektet erholtet für das na ja gut ja sehr hat das nehme ich mit unserem blubuff ich werde klopfen an denen ihre gates yo boys ich glaube ich kann mal in die bot leid oh what the fuck du organa bist du afk was 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 warna rfk nice 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 sie So, der Drache ist auch meins Direkt Oh, Mongo, wenn du da noch rankommst, Pech gehabt Ich chunk den da down mit meinem Culling und der kommt noch ran Selber schuld Ihr holt euch das Teil, oder? Nicht so blöd Ich glaube, wenn wir das haben Vor allem, der Zeit schaut es nicht so schlecht aus Ich bin natürlich ein paar gute Picks Okay Press Q und dann R und dann habe ich Pentakill Ah, glaube ich nicht Direkt Kann eigentlich für Baron gehen, ja, ist gut Sind alle von uns am Leben Nein, alle außer Xerath Na, ist ja egal, so Nur, dass die keine Vision haben, deswegen mache ich das Dass ich da hingehe Der frackt gerade voll von... Lauf weg vom Baron, hey Lauf weg vom Baron, hey Lauf weg vom Baron, hey Easy Komm mal Dann haben wir jetzt noch ein Last Whisperer Wir haben drei Dragons, der Dream ist in fünf, mal schauen Ob wir fünf Dragonis bekommen Wir haben eigentlich den Movement Speed, ist das der Dragon? Drogons Flat, bloß von Movement Speed Like that, destroyed Gut, gut, okay, ich mache Hard Damage, das ist schön Ich bin ein, fast zwei Levels über Quarky Oh shit Warum fighten wir das? Ohhhh Aced Ich muss kurz Lifesteal So, da war schon wieder halbes Leben Ja, geil Komm, schnell Hau ab, freund Fiss und Jax respawnen gleich Ja, gut, selber schuld, wenn du bleibst Hau ab, habe ich gesagt Hau ab Run Auf Eiii Wo ist denn die Morgana, ist die EA Nein, die ist nicht AFK Fünfter Drache Nein, vierter Drache spawned in zwei Minuten Fünfzig Das ist aber schon fertig, aber ist ja egal Das ist aber schon fertig, aber ist ja egal Das könnte das Ende sein Ah Oder auch nicht, was weiß der nicht Unser Team wreckt alles gerade Oh Gott Alter, Lucian, sowas war ein OP GG Easy Kurzes Game war das, glaube ich Victory So, Freunde, da sind wir auch wieder im Out of the Game Screen So, hier, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht Haben wieder 13 LP, haben wir in der vorigen Folge auch schon gehabt Stimmt, genau, ich habe nämlich dazwischen ein Game verloren Jetzt habe ich mich entschieden, nicht durchzuladen Deswegen frage ich jetzt auch, ob ihr es sehen wollt, wenn ich verliere oder Nicht Jo, und das ist Warten wir mal ab, ne Was rauskommt und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Episode von Rötte Geld Ciao